Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice, Madness Richards. Oh Mann. Ey, es hat mir komplett die Sprache verschlagen, dieser Umschwung in der Geschichte. Das ist so krass. Und da ist das Haus. Das ist mit Sicherheit unser brennendes Haus. Oh, ich habe keine Ahnung, was jetzt noch auf uns zukommt. Mir ist ganz schön, ich fühle mich ganz schön beklemmt gerade. Das Puppenhaus. Oh, es sieht aber niedlich aus. Na gut, dann sind wir also wieder in einer neuen Welt. Eine Welt, die mich ein wenig an ein anderes Spiel erinnert. Papu und Jo heißt das, glaube ich. Oder Papu. So in der Art heißt das. So. Ach so. Oh, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Da komme ich ja jetzt aber gar nicht mehr hoch. Na gut, dann muss ich mich einmal kurz hier wieder umbringen. Dann können wir das hier regeln. Okay. Jawohl. Das hätten wir. Den einen Zahn, den kann man da denke ich mal außen vor lassen. Ich gucke erst mal... Ich glaube... Ich glaube... Ja, was glaube ich denn? Möchte ich da runter? Ich glaube, ich werde da jetzt einfach mal runter gehen. Oh, das war natürlich ein bisschen doof. Ein wenig blöd war das gerade. Aber auch nicht so wild, wenn man da jetzt mal genauer drüber nachdenkt. Ach so, ja genau. Hier sind wir gewesen. Und hier wollen wir hin. Ach, lecker Kuchen. Lecker, lecker Kuchen. Das ist gerade das, was ich brauche, um das zu verdauen, was ich da gesehen habe. Echt. Das war mir alles ein bisschen zu heavy. Ich meine, ich wollte das ja so, aber es ist schon echt sehr psycho, ne? Kann man ja echt nicht anders sagen. Von da sind wir gekommen, ne? Aber wir kommen dann nicht mehr hoch. Das heißt, wir müssen den Spaß nochmal machen. Aber dafür haben wir ein paar Zähne bekommen, immerhin. Und ich glaube, bald, bald, bald kann ich auch wieder ein Upgrade machen. Bald kann ich wieder ein Upgrade machen. Für eine Waffe. Das wird dann wahrscheinlich das Steckenpferd werden. So, dann hätten wir diesen Zahn auch. Und jetzt gehe ich hier mal rein. Und es wird relativ deutlich, dass wir ungefähr so groß sind wie eine kleine Puppe. Wir sind sehr klein in diesem Level. Also der absolute Gegensatz zu dem, was wir davor hatten. Jetzt sind wir eher David und nicht Goliath. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da jetzt gleich für Gegner auf uns zukommen. Ah, da geht's weiter. Alles klar. Ich falle immer drauf rein, weil ich hier immer... Ich will immer das Spiel austricksen. Und dann falle ich aber selber drauf rein. Ne, jetzt hat das Spiel mich ausgetrickst. Aha, ha, ha. Oder? Hat es mich ausgetrickst? Ich glaube, es hat mich ausgetrickst. Dass wir jetzt noch schrumpfen können, ist ja eigentlich auch sehr witzig. Hm, schön. Und hier liegt Blut. Also das heißt, das Blatt wendet sich gerade schon wieder. Ich möchte aber eigentlich... Moment, ich möchte nochmal zurück. Gerne. Wenn das möglich ist, irgendwie. Aber ich möchte zurück. Ich möchte nämlich gerne auch sehen, was da die andere Richtung gewesen wäre. Verdammt. Jawohl. Gut. Hier wollte ich ja sowieso hin. Denn ich wollte schauen, was da die andere Richtung war. Weil ich ja so ein neugieriger Bursche bin. Nein, ich bin natürlich kein Bursche. Ich bin... Ein Engel mit dem B davor. Aber die weibliche Variation. Ähm. Aha, 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 aha. Tja, ich glaube, dann gehe ich doch nochmal zurück. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir hier doch nochmal hinkommen. So, tüdelü. Ich finde ja die Kostüme immer total cool, die Alice da hat. So, mit Trick 17 hier die Abkürzung genommen. Wie sich das eben gehört. Da, hier, ich möchte gerne Tee trinken. Danke. Mano. Zähne. Zähne, Zähne, Zähne. Also ich weiß, dass ich jetzt noch kein Steckenpferd-Upgrade machen kann. Denn, äh, das war ja doch noch sehr teuer, da wir ja schon auf einer sehr hohen Stufe angekommen sind mittlerweile. Es geht dann da ja auch wirklich um das allerletzte Update. Ach, jetzt ist das hier wieder doch... Ne, ich dachte, das wäre ja jetzt wieder aus dieser Perspektive, die mich immer so ein bisschen wahnsinnig macht. Und die Häuser, die sind alle nach Buchstaben nummeriert, wie es scheint. Oh, Buch! Ne, Quatsch. Ja, ähm... Ich verlaufe mich gerade so ein bisschen hier. Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Ja. Oh, und die soll ich jetzt kap... Aber die sind sowieso traurig. Macht's gut, ihr Lieben. Also wer hier noch den Durchblick behalten soll, das frage ich mich. Aber vielleicht ist das ja auch alles Absicht und gar nicht so wild. Hier soll ich jetzt durch? Da passe ich ja sogar ohne zu schrumpfen durch. Ach so, das ist nur Deko, alles klar. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh. Oh. Ich bin jetzt gerade hier wieder ein bisschen angestrengt, ne? Ihr kennt das ja, wenn ich hier im Kampf stecke, dann... Das ist aber ein bisschen kritisch mit mir. So, das hätten wir erstmal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die Labilen sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. Ich glaube, ich kenne diesen Weg. Und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachkämpfe. Weit mit euch. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Oh Gott, wie ich Puppen hasse. Oh, was hilft denn gegen die? Verdammt. Oh, das hilft. Das ist gut. Oh, gibt sie mir einfach nur Kopfnuss hier. Oh, wie kriege ich die denn klein hier? Oh mein Gott. Na, ist dir kalt, meine Süße? Ist dir kalt, habe ich gefragt. Aha, jetzt habe ich es rausgefunden. Oder? Ich dachte, ich hätte es. Oh, Mann. Oh, Mann. Geh tot. Oh, Mann. Oh, Mann. So. Froschweg. Also gegen das Puppenmädchen muss ich mir nochmal eine gute Taktik überlegen. Eine richtig gute Taktik muss ich mir da überlegen. Das Vorwiderstand hat uns nicht aufgenommen. Das ist auch sehr bezeichnend irgendwie. Sehr, sehr, sehr bezeichnend finde ich das. Oh Mann, oh Mann. Es wird hier echt langsam richtig psycho. So langsam, aber sicher geht es um die Wurst. So langsam, aber sicher geht es hier um die Wurst. Wie geht das hier ein bisschen... So langsam. Ich würde gerne ein bisschen schneller laufen können. Aber ich bin ja sowieso so eine ungeduldige Type. Wo muss ich denn längst? Nach rechts, oder? Oh, da bewegt sich da was. Da tanzt ein Lolli. Da oben. Der hat sich gerade bewegt. So weit, so gut. Muss ich den abschießen? Nee. Oder vielleicht mit der Teekanne? Jetzt liegt der Lolli. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ach, hier müssen wir lang. Ach ja. Naja, ihr kennt das ja, ne? Meine Orientierung ist nicht so wirklich vorhanden. Soll heißen, eigentlich gar nicht. So, nur mal kurz wieder ein bisschen auftanken, denn dieses blöde Puppenmädchen, das hat mir schon ein bisschen Kraft geraubt und Nerven sowieso. Aber das ist irgendwo auch logisch, ne? Mögt ihr den Puppen? Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Die sind gruselig, die sind eklig. Die sind all das, was sie nicht sein sollten. Ich mein, also, du kannst doch einem Kind keine Puppe geben. Das ist doch traumatisiert bis ans Ende seines Lebens. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Da ist was Wahres dran. Da ist echt was Wahres dran. So, dann wollen wir jetzt uns mal aufmachen und den Froschweg betreten. Und schön da so in den Schritt reinlaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und auch hier merkt man wieder, wie die Stimmung kippt. Vorhin war noch alles hübsch und bunt und heil. Und, äh, jetzt ist das nun wirklich nicht mehr so. Hamty Dumpty. Hamty Dumpty. Danke. Danke. Hilfreich war das. Sehr hilfreich. Wow, 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 wow. Also, wir werden jetzt auf Hamty Dumpty das Ei auf der Mauer treffen. Wenn ich das richtig sehe. Und ich hab ja auch... Der sieht so ein bisschen aus wie, äh, Beavis. Oder wie Butthead, aber, also, Beavis und Butthead auf jeden Fall. Das sieht schon sehr so aus. Und ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt schon alles gegessen ist. Denn es fehlen ja noch ein paar Charaktere. Aber so langsam, aber sicher, kommen diese Charaktere auf uns zu. Und für mich persönlich fängt es eigentlich jetzt erst so richtig an. Weil jetzt kommen die ganzen Charaktere, die man gewohnt ist, aus der Geschichte. Und davor war das alles irgendwie ein bisschen mau, fand ich. Komm jetzt, visier doch mal an. Oh, Mann. So, der wäre hinüber. Äh. Der wäre auch hinüber. One more to go. Na komm, zeig dein hässliches Gesicht. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Krass, auf jeden Fall. Aber irgendwo ist es auch schaurig schön, finde ich. Irgendwo ist es echt so schaurig. Schaurig, aber schön. Gefällt mir irgendwie. So, und hier haben wir eine Kuchentafel. Und was? Das weiße Kaninchen hat sich aufgehängt. Auf das weiße Kaninchen sind die ja übrigens auch noch nicht so richtig getroffen. Und das war am Anfang mal da, aber dann auch nicht mehr. Jedes Kind hat eine Bestimmung. Es ist die Pflicht eines Erwachsenen, jeden jungen Menschen dieser Bestimmung zuzuführen. Okay, also dieser Psychoklempner da, der ist mir gänzlich unsympathisch. Verdammt, von so, wo bin ich jetzt gekommen? Warte mal. Da oben waren wir nicht. Und von hier sind wir aber gekommen, aber... Kann ich da oben hin? Komme ich da hin, wenn ich hier... Nee. Ach, vielleicht komme ich da noch hin, weil da war gerade ein Pilz an der Decke. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das ganze Level gibt es nochmal in Überkopf. Oder zumindest Teile davon. Auszüge. Schön ist ja immer... Ich weiß nicht, kennt ihr Wollweg? Mit Tee. Da steht dann immer mit Auszügen von Tee. Das ist super, weil... Tee ist ja auch nur ein Hauch von Geschmack. Und das ist dann quasi ein Hauch von nichts. Weil Tee ist schon ein Hauch des Geschmacks. Und dann ein Auszug des Tees. Ist dann ja erst recht nichts. So. Hier wären wir drin. Das ist sicher. Fast so sicher wie das Arm in der Kirche. Aber auch nur fast. Ich gehe hier erstmal runter, dann gehe ich hoch. Hallo? Also wir werden auf jeden Fall richtig zugeklatscht. Gerade mit Zähnen und Lehm und so weiter. Da stand gerade ab. Also hoch. Auf den Steinchen. So, und apropos zugeklatscht. Ähm... Oh Gott. Nee, da möchte ich ja jetzt nicht gegen klatschen. Ich werde mal gucken, ob ich upgraden kann. Ja, ich kann upgraden. Dann werde ich dem Steckenpferd das letzte Upgrade holen. Das mache ich jetzt. Ein Einhorn! Yesa! Das habe ich doch gerne. So mag ich das doch haben hier. So. Wären wir drüber. Halb so schlimm. Was das Einhorn jetzt anstellt, das sehen wir hoffentlich noch bald. Das sehen wir hoffentlich noch bald. Denn, ähm... Ich würde mal sagen, das sehen wir sogar in der nächsten Folge. In diesem Sinne macht es gut, meine Lieben, und immer schön verrückt bleiben.